Hi Alex! Hi, guten Morgen! Schön, dass wir hier sein können in deinem Wohnzimmer hier im Creation Center. Sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Wir nennen uns die Materialisten und das ist unser Kernthema. Wir beraten unsere Kunden hinsichtlich Materialität, Trend und Technologie. Es gibt ja den alten Spruch Think outside the box. Ich würde mal sagen, es ist ein einfaches hier, outside the box zu gucken. Komm doch mal mit. Lass uns mal ein paar Boxen reinschauen hier. Sag mal, nehmen wir das hier. Das ist ein Turnschuh, der ist aus TPU. TPU ist ein wirklicher Shapeshifter. Es gibt es durchsichtig, es gibt es gewobene, es gibt es fest, es gibt es weich. Okay Alex, Stichwort Nachhaltigkeit. Ich erkläre dir das an diesem Schuh. Dieser Schuh ist aus einem und demselben Material. Nachhaltig deshalb, weil ich ihn als ganzes recyceln kann. Also ich kann gehen, regranulieren und dir wieder so einen Schuh herstellen. Klar, das ist schon mal inspirierend. Ihr habt noch viel mehr zu sehen. Schauen wir es uns an, okay? Alex, sag mir, was ist das hier? Kannst du mir das mal erklären? Das nennt sich ein Polyamid-Partikel-Schaum. Das ist hochtemperaturbeständig. Kann man also jetzt so für crashlevel relevante Bauteile einsetzen. Noch mehr Inspiration. Das ist eines von den Neuesten Sachen. Okay. Wow Alex, so viele Ideen und so viel Inspiration hier im Creation Center. Das ist auch richtig so. Wir helfen dem Kunden mit dem richtigen Material sein Produkt besser zu machen. Danke dir. Ich schaue mich noch mal ein bisschen weiter um, okay? Alles klar. Our Plastics Journey beginnt mit einer großen Idee. Und das Creation Center ist der Ort, an dem diese Ideen Gestalt annehmen. BASF. We create chemistry.